Hi, ich bin Tom oder Xoron von demnächst Arkham Dreams, hoffe ich. Ich wollte mich zum 1.8. selbstständig machen, aber es sind noch ein paar Sachen zu klären. Nichtsdestotrotz habe ich mal gedacht, zum 1.8. fange ich jetzt mal an, meinen eigenen YouTube-Kanal zu erstellen. Das ist also auch für mich mal ein Erstling. Und mit 57 Jahren ist das nicht ganz so einfach, vor allem die technischen Aspekte, aber wir kriegen das alles hin. Also, was will mein Kanal? Ich maßte seit Ende der 1980er Jahre, habe viele verschiedene Spielsysteme durchgeackert, vor allem Fantasy, weil das ist mein Hauptfokus, und habe dann vor ein paar Jahren das 2D20 System von Modiphius entdeckt. Hat mir sehr gut gefallen, aber auch hier wieder ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben. Zum Beispiel wollte ich eben den Handwerksaspekt etwas mehr in den Vordergrund rücken und habe mir da ziemlich viele Gedanken dazu gemacht. Dazu näher ein paar weiteren Videos. Möchte aber auch auf diesem Kanal eben davon berichten, dass ich nicht nur das System geändert habe, sondern seit zwei Jahren auch meine eigene Welt gebastelt habe. Habe mir da jetzt auch Unterstützung geholt von bekannten Künstlern wie Timo Kümmel. Und bin auch an einigen anderen dran. Möchte eben dann über startplaying.games auch für ein bisschen Kleingeld mastern, um ein bisschen was dazu zu verdienen. Und ja, möchte euch auf diesem Kanal berichten, wie sich das Rollenspiel und die Welt entwickeln. Aber eben auch, was ich sonst noch an Spielen liebe, was ich derzeit gerade anschaue und so weiter. Also so ein allgemeiner Laber- und Interessenkanal. Mal schauen, ob ich sowas gefällt. Also wenn euch sowas gefällt, dann in den Kommentaren mal da lassen, auf was ihr besonders Bock habt. Und ich werde mal schauen, was ich da abliefern kann und möchte. Ich wollte schauen, dass ich einmal die Woche sowas mache. So ein Video. Mindestens. Ich werde mich dann auch mal mit den Shorts beschäftigen, wie die funktionieren. Und ja, dann probieren wir das mal. Schauen wir mal, was was draus wird. Ich wünsche euch schon mal was. So. Ig.